Herzlich Willkommen bei Pick Your Battles, dem Streitformat der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich bin Jan Philipp Albrecht, einer der beiden Co-Vorstände der Stiftung und ich diskutiere in diesem Format mit Gästen über Politik, Grüne, Politik die Grünen und auch durchaus kritische Wahrnehmung darüber und wir streiten auch, es soll Raum dafür sein, unterschiedliche Gedanken mal zu äußern, ohne sich ständig sozusagen zurücknehmen zu müssen. Dafür ist das Format da und dafür haben wir mitgebrachte Stichworte, sechs an der Zahl von den Gästen, die wir nach und nach in etwa sechs Minuten diskutieren. Und heute zu Gast ist Sabine Rennefanz. Herzlich Willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Ja, schön, dass Sie da sind. Sie sind Buchautorin und Journalistin, unter anderem für den Tagesspiegel und Radio 1 und Sie haben eine Kolumne beim Spiegel, ich glaube wöchentlich, die heißt Neue Heimatkunde und vorher waren Sie lange bei der Berliner Zeitung und wurden für Ihre Reportagen und Essays unter anderem mit dem Theodor-Wolf-Preis ausgezeichnet. Und 2013 erschien Ihr Bestseller Eisenkinder, die stille Wut der Wendegeneration. Der Osten ist Ihr Thema geblieben, damit beschäftigen Sie sich viel und Sie sind auch gefragte Expertin für Feminismus, Familien und Sozialpolitik. Und in Ihrer Spiegelkolumne im Mai haben Sie geschrieben, dass Sie, naja, sich vom rot-grünen Lager entfremdet haben und politisch irgendwie heimatlos sind. Ist das jetzt auf rot-grün zugeschnitten? Ist das also, könnte schwarz-grün Ihre Heimat sein? Oder wie schauen Sie auf diese Gedanken? Schwarz-Grün, weiß ich nicht, steht ja jetzt gerade nicht zur Debatte, wenn ich irgendwie die Äußerungen von Herrn Merz richtig interpretiere. Und ich glaube, das ist jetzt auch nicht was, wenn man über politische Heimat spricht, was sich jetzt so von heute auf morgen entwickelt. Heimat hat auch was mit Zeit zu tun, mit einer Verbundenheit, die auch über einzelne Politikvorschläge hinausgeht, die auch ganz stark was mit Personen zu tun hat. Also ja, als ich das erste Mal wählen konnte, das war in den 90er Jahren und die Hoffnung, irgendwie Kohl abzulösen. Also Kohl war für mich wirklich so ein Feindbild. Ich war gegen diese schnelle deutsche Einheit. Also ich war Teenager, als die Mauer gefallen ist. Und habe dann eigentlich mit diesem Lager, auch mit diesen Persönlichkeiten viel verbunden. Und habe das in dieser Kolumne eben so beschrieben, dass ich mich in den letzten Jahren, und das ging schon vor der Ampel los, also ich bin jetzt nicht die ganz große Ampelfeindin. Ja, davon gibt es ja jetzt sehr viele. Aber so eine stückweise Entfremdung. Und dann kann man vielleicht sagen, das hat auch was mit dem Alter zu tun, vielleicht. Aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass diese Parteien, dass die Parteien generell nicht sehr unterscheidbar geworden sind. Und ich glaube, es geht wirklich tiefer, als jetzt zu sagen, gut, jetzt hat es mit der SPD nicht funktioniert, vielleicht funktioniert es dann mit der CDU. Also ich glaube, man muss schon ein Stück weit mehr nachdenken, warum es da so Entfremdungen gibt. Also ich habe so viele Gespräche, so viele Reaktionen auch auf diese Kolumne bekommen, wo viele Leute sagen, ja, es geht mir auch so. Ich habe immer die Grünen gewählt. Ich kann die jetzt nicht mehr wählen. Also das ist so ein Schlüsselsatz. Ich kann die nicht mehr wählen. Darüber werden wir gemeinsam gleich auf die Stichworte hin nochmal diskutieren. Eine Gemeinsamkeit am Anfang zwischen uns kann ich jedenfalls schon mal feststellen. Ich habe als Jugendlicher 1998 das erste Mal im Wahlkampfstand gestanden, der Grünen. Und der Slogan war, der Kohl muss weg. Und wir haben Kohlsuppe verteilt an die Wählerinnen und Wähler. Aber man hat gefeiert. Wir haben gefeiert in der WG. Das weiß ich noch, als es dann den Sieg gab. Also so eine, das kann ich mir also gar nicht vorstellen. Also als dann die Ampels zustande kamen, ja, weiß nicht, da war jetzt nicht so eine Feierlaune. Und wenn da irgendwelche Feierlaunen waren, das ist ja dann auch sehr schnell vergessen. Naja, gut. Das hat jetzt nicht nur ein bisschen mit denen, da gibt es ja noch eine dritte Partei. Also ja. Genau. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Vielleicht gibt es ja auch so etwas wie Feierlaune in der Politik wieder. Wir schauen mal auf die Stichworte, die Sie mitgebracht haben. Und ich ziehe einfach mal das Erste. Und das ist schon ein dicker Brummer, nämlich das Thema Frieden. Da hat sich ja, sage ich mal, seit der Kohl-Ära auch vieles geändert in Deutschland und Europa. Vor allen Dingen jetzt natürlich seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wie schauen Sie auf das Thema Frieden und wie schauen Sie auf die Grünen bei dem Thema? Ja, das ist wirklich natürlich gleich das harte Thema, das Sie da gezogen haben. Ja, das ist, sechs Minuten, genau. Damit wir durchkommen. Genau, damit ich jetzt nicht die ganze Zeit nur über Frieden rede. Genau, also ich finde schon, natürlich hat uns alle dieser Krieg, dieser Angriffskrieg von, ja, es ist ja eine Eskalation, es war ja schon im Prinzip vorher Krieg im Donbass, also seit 2014 mit der Krim und mit dem Donbass. Und dann hat das aber natürlich jetzt alle quasi geschockt und das nochmal neu ins Bewusstsein gebracht. Und ich finde schon erstaunlich in der Zeit, also wie, das hat jetzt nicht nur mit den Grünen zu tun, wie der, wie eng der Diskurs auch geführt wird, also wie wenig über, über etwas anderes als Waffenlieferungen geredet wird. Und so die Protagonisten der Grünen-Partei, also Anton Hofreiter, als sehr starker Befürworter von Waffenlieferungen. Mich hat überrascht, dass es da bei den Grünen so wenig Dissens gibt, so wenig Diskussion, also zumindest nach außen hin. Frau Baerbock, da tritt da eigentlich gar nicht als Diplomatin in Erscheinung, also sondern eher so, dass ja mit jemandem wie Putin kann man nicht reden. Das ist mir zu einfach, weil es ist ja der Job der Chefdiplomatin, auch mit Leuten zu reden, mit denen man eigentlich nicht reden kann. Also es ist ein riesen kompliziertes Thema, aber Punkt um, mir kam da von den Grünen als Partei, die mal die Pazifistenpartei war, einfach viel zu wenig. Und dieser Wandel, was da passiert ist, das habe ich auch, also warum das so uniform ist, das habe ich auch bis heute ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden. Ja, vielleicht ist es da an der Stelle wichtig, die Grünen nochmal besser zu verstehen. Denn ich glaube, dass es tatsächlich eine Fehlwahrnehmung ist, dass die Grünen sozusagen die Radikal-Pazifisten von vornherein waren, die auf gar keinen Fall Gewalt in irgendeiner Form akzeptieren würden. Ja, das ist ja das andere Extrem, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ja, ja, nee, aber das ist so das Bild. Also wenn sie zum Beispiel, es gibt eine Zeitzeugin aus der Gründungszeit der Grünen, die auch viel Zeit mit Petra Kelly, die ja in der Friedensbewegung aktiv war, unterwegs war, die Eva Quistorp, die war auch im Europäischen Parlament mal. Wenn sie die fragen, dann wird die sagen, Pazifismus, so wie wir es verstanden haben, war nie der Verzicht komplett auf Waffen oder Gewalt, sondern immer die Vorstellung, dass natürlich Menschenrechte und die Durchsetzung von Menschenrechte ein gleichwertiges Ziel zu dem Gewaltverzicht und zu Frieden als sozusagen Selbstwert oder als Wert ist. Und dass beides nur gemeinsam geht. Und die haben viel dafür auch gekämpft, dass Länder oder eben auch Bevölkerungsgruppen, die bedroht waren, auch Unterstützung, auch durchaus militärische Unterstützung erhalten. Das hat immer eine Rolle gespielt. Und ich glaube, spätestens nach der ersten Regierungsbeteiligung der Grünen hat man in Auswertung der Militäreinsätze in Jugoslawien und auch im Afghanistan ja als Grüne sehr stark versucht zu unterscheiden zwischen den verschiedenen Formen des Gewalteinsatzes. Und der Einsatz, um Menschen zu schützen vor Angriffen, der war in der DNA der Partei spätestens da sehr klar ausformuliert. Und ich finde, weil ich selber jetzt vor einigen Monaten in der Ukraine war, das schon extrem, wie die Situation ist. Man weiß ganz genau, wenn die Waffen nicht kommen, wenn zum Beispiel Raketenabwehr, Schilde oder auch Luftabwehrsysteme da nicht stehen, dann sterben die Menschen, weil Putin diesen Krieg weiterführt. Und weil er eben tatsächlich auch nicht gewillt ist, darüber zu reden. Er sagt ja, solange die Waffen sozusagen ausgehen in der Ukraine, werden wir weiter angreifen. Und ich glaube, an der Stelle sind die Grünen eben auf einer sehr wertebasierten und prinzipiellen Position, die man natürlich in Frage stellen kann. Aber ich glaube, dass es schwer ist, ihnen vorzuwerfen, dass sie jetzt an der Stelle Militärenthusiasten wären oder so. Und auch Abrüstungsfragen, auch zum Beispiel Rüstungsexportfragen wurden bei den Grünen ja auch in den letzten Jahren immer sehr intensiv diskutiert. Es ist nicht so, dass das weg ist. Ja, aber jetzt haben sie schon wieder diesen Dualismus aufgemacht. Keine Waffen liefern oder doch Waffen liefern. Also ich sitze jetzt hier nicht und sage, man darf keine Waffen liefern. Aber was mir eben total fehlt, ist so eine Reflexion, was es eben noch geben müsste. Und dass es eben da oder sehr wenig von deutscher Hand diplomatische Bemühungen gibt und auch kein strategisches Ziel. Schauen Sie, wir haben jetzt über zwei Jahre diesen Krieg. Es sieht überhaupt nicht so aus, dass die Ukraine gewinnt. Wir wissen überhaupt nicht, was das Ziel letztlich ist. Es sterben ja, es sterben ja trotz der Waffenlieferung, sterben ja Leute. Und wenn wir jetzt nicht irgendwie mal zu Gesprächen kommen, dann werden da noch sehr viele Hunderttausende mehr sterben auf beiden Seiten. Und das, das finde ich, ist also so der höchste Menschenrechtswert ist für mich Leben. Und dann irgendwie so Waffen zu feiern, zu sagen, man will sich irgendwie als Leopard verkleiden. Beim Karneval, wie er es in der Werbung gemacht hat. Da haben wir aber nicht viele Grüne gemacht. Ja, aber das ist geschmacklos. Und also da fehlt mir einfach irgendwie was, wo ich, ja, was ich von den Grünen irgendwie anders erwartet hätte. Das muss ja alles auch nicht von den Föhnen, das muss ja auch nicht alles von Frau Baerbock kommen. Das könnte ja auch von anderen kommen. Also, dass man da auch mal merkt, da gibt es eine Diskussion auch über die Eskalationsgefahr, wenn man eben größere Waffen erlaubt, wenn man Angriffe in Russland erlaubt. Das scheint irgendwie alles so total okay zu sein bei den Grünen. Sagt man, ja, das sehen wir auch so. Nee, da haben wir gar keine Angst. Irgendwie Putin, der muss jetzt weg. Also, was ist denn das strategische Ziel eigentlich von dieser Außenpolitik? Weiß ich nicht. Vielleicht ein Satz dazu noch. Ich glaube, dass es schon eine ganz veritable Diskussion bei den Grünen auch darüber gibt, dass natürlich die Frage ist, was das Ziel all unserer Bemühungen und wie wägt man auch ab zwischen den Risiken. Aber ich glaube, was in Deutschland unterschätzt wurde und wofür die Grünen eben streiten, dass das mehr wahrgenommen wird, ist das Gefährdungspotenzial für die osteuropäischen Nachbarn. Das heißt, dass wir wirklich unterschätzt haben als Deutsche und auch als Westeuropäer. Euro 2022. Genau, wie gefährdet unsere europäischen Nachbarn sind und wie eine mangelnde Verteidigungsfähigkeit dazu beiträgt, dass Putin und sein Regime immer weiter austesten, was geht. Und ich glaube, diesen Diskurs zu führen auch und ernst zu nehmen, dafür stehen die Grünen eben auch ein. Und ich glaube, da wird der Diskurs auch weiter zwischen den Positionen stattfinden, die wir jetzt einfach mal an der Stelle im Raum stehen lassen. Vielen Dank. Ja, schade eigentlich, aber gut. Wir setzen uns auf jeden Fall fort, aber wir machen jetzt einen kleinen oder auch großen Themenwechsel. Das ist in diesem Format häufiger so, dass man auch mal einen kleinen Bruch hat, nämlich jetzt geht es um das Thema Kinder. Da sind wir schnell wieder in der Innenpolitik. Ja, und Sie haben das Stichwort mitgebracht und ich würde gerne mal wissen, was bewegt Sie da eigentlich politisch beim Thema Kinder und mit Blick auf die Grünen? Ja, also als die Grünen in die Koalition gekommen sind, Fortschrittskoalition, war ich ehrlich gesagt vorsichtig optimistisch, dass die, das war ja dann gerade nach der Corona-Zeit, da sind ja so viele Sachen falsch gelaufen, gerade in Bezug auf Frauen und Kinder. Also wir erinnern uns an die Schulschließungen, an die geschlossenen Jugendclubs und da gab es ja dann auch im Koalitionsvertrag gab es irgendwie diesen Plan, Kindergrundsicherung, Familienstartzeit, Erhöhung der Partnerschaftsmonate und ich dachte wirklich, okay, jetzt ist da eine feministische Partei, jetzt geht es mal irgendwie zur Sache, ich hätte auch manches vielleicht noch, also noch gerne stärker ausformuliert, wie sieht eigentlich eine gleichberechtigte Gesellschaft aus, was sind da unsere Visionen? Tja, und jetzt sitzen wir hier. Naja, also einige Punkte davon sind ja tatsächlich umgesetzt worden, auch das Startchancenprogramm zum Beispiel als eines, das zusätzlich noch dazu gekommen ist. Klar, es gibt ein paar Punkte, wie zum Beispiel die Kindergrundsicherung, die noch immer nicht über den Berg gebracht wurden. Also, aber das ist ja ein Rumpfkonzept von dem, was da ursprünglich geplant war, also das ist ja total traurig im Prinzip. Ja, wobei, man muss ja manchmal schon mal ins Detail reingucken, geht es wirklich nur darum, dass sozusagen mehr Leistungen gezahlt werden oder geht es vor allen Dingen darum, dass die Leistungen, die eigentlich schon möglich sind für die Kinder, die betroffen sind, dass die auch ordentlich abgerufen werden können und das scheint mir wirklich eines der größten Probleme zu sein. Ein ganz großer Teil, ich glaube, über die Hälfte der Bezugsberechtigten rufen die Mitte gar nicht ab. Da liegt ja was im Magen, was durchaus, uns durchaus wert wäre, das zu korrigieren. Na, da geht es um diesen einen, um diese eine, ja, aus dem Teilhabepaket, aber ursprünglich gab es ja auch mal ein Papier aus der Böll-Stiftung. Ich glaube, da wurde eine Summe von über 20 Milliarden genannt. Dann hat Frau Paus, die grüne Ministerin, 12 Milliarden genannt. Dann ist sie aber runtergegangen auf drei. Also es wirkte dann auf einmal so total beliebig. Also das ursprüngliche Konzept war, glaube ich, ein bisschen anders. Das wollte man, man wollte eben nicht nur eine bessere Digitalisierung und dass es einfacher abzurufen ist, sondern man wollte eigentlich das System vom Kopf auf die Füße stellen und es wirklich anders machen. Gut, kann man sagen, man kann nie alles alles umstellen, weil wir über Kinder sprachen. Also das ist eben, also selbst das, was da jetzt kommt, wie das wirklich die Lage verbessert, sehe ich noch nicht. Ich habe vielleicht meine eigene Position auch da noch ein bisschen modifiziert, wo ich mich auch schon jetzt frage, gut, wir haben jetzt so knappe Haushaltsmittel, wäre es nicht dann doch besser, das Geld irgendwie in die Institution zu stecken, in die Kitas und Schulen und soziale Angebote. Aber der andere Punkt, und das ist mir auch noch wichtig, also diese Familienstartzeit, das ist wirklich enttäuschend, dass das nicht kommt. Das sind diese zwei Wochen, um die es da geht für Väter nach der Geburt. Das ist eine Umsetzung von EU-Richtlinie. Also da fragt man sich natürlich dann auch so, ja, was, woran hakt das denn, warum geht das nicht, dann weiß ich schon, was Sie sagen, dann sagen Sie schon, naja, wir sind halt irgendwie. In einer Koalition. In einer Koalition, genau. Aber wenn man dann so vieles nicht umsetzen kann, also dann ist, wann ist dann der Punkt, wo man sagt, naja, gut, also dann läuft das eben nicht, dann ist das eben nicht unsere Koalition. Gut, ich kann ja das verstehen. Glauben Sie denn, es gibt andere Partner, mit denen die Grünen das umsetzen können? In der Familienstartzeit nicht festmachen, ich glaube schon, wenn es eine Koalition nur zwischen SPD und Grüne gegeben hätte, dass das vielleicht einfacher gewesen wäre. Ich frage mich auch, ob Frau Paus die Richtige an der Stelle war, weil sie hat es meiner Ansicht auch versäumt, Verbündete in der SPD für diese Themen zu suchen. Und hat eben irgendwie da, also ich habe mit vielen SPD-Sozialpolitikerinnen und Sozialpolitikern besprochen, die immer gesagt haben, ja, da kommt nichts und die kommt nicht auf uns zu, wir wissen nicht, was sie will. Also das ist da schon auch, ja, so taktisch, strategisch nicht immer alles so ideal lief und wo man sich fragt, wie wichtig sind denn diese Themen eigentlich noch. Am Ende muss man aber natürlich feststellen, dass diese Entscheidungen vor allen Dingen über die Haushaltsmittel, ja, vor allen Dingen zwischen dem Kanzler und den Vizekanzlern sozusagen, oder Vizekanzler und Finanzminister entschieden wurden und der Kanzler sich da eben nicht auf die Seite der Grünen mit Blick auf die Kindergrundsicherung gestellt hat. Und er ist immer noch in der SPD. Also es ist natürlich schon eine Herausforderung, die da im Raum steht. Wo, glauben Sie denn, müssten die Grünen jetzt ansetzen, um an der Stelle voranzukommen? Sie haben eben die Institutionen genannt. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, Staatsschwungsprogramm und ähnliches geht ja genau in die Richtung. Was würden Sie sich da wünschen? Nein, ich hatte ja dieses Thema Kinder auch wirklich vorgeschlagen aus dem größeren, also diesen größeren Punkt, weil ich schon finde, dass das total vorne rüber, also hinten rüber schlägt und man sieht es ja jetzt auch so ein bisschen an den Wahlergebnissen, dass eben, dass man eben die Folgen sieht, dass die Kinder sich nicht, Kinder und Jugendliche sich nicht gehört fühlen, sich nicht gesehen fühlen, dass so wenig die Politik das in den Blick nimmt. Und wenn Krise ist, weil es wenig Geld ist, dann sind das die Ersten, die irgendwie hinten runterfallen, was irgendwie echt kurzsichtig ist. Und ich finde... Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Grünen sind doch diejenigen, die als Einzige noch das Thema Kinder dann auch selbst auf ihre Wahlplakate schreiben. Also wieso kommt das dann nicht an? Naja, die AfD macht das auch, wir schützen die Kinder und so. Also die ist ja quasi auch so die Komplementärpartei, soziologisch betrachtet, so das andere Extrem. Ja, warum kommt das nicht an? Wahrscheinlich dann schon auch wegen so Sachen wie der Kindergrundsicherung und diesen anderen Fragen. Also ja, ist schon schwierig. Alles klar, nehmen wir so mit. Danke. Wir schauen mal in das nächste Stichwort rein. Vielleicht schon wieder ein Bruch? Nein, ich würde mal sagen, da können wir weiter dran erarbeiten. Das Thema ist Zusammenhalt. Das ist natürlich eines, das eher, wie jetzt sage ich mal, gesellschaftlich weitergreift. Aber woran denken Sie da, wenn es jetzt um das Thema zusammen, eben schon AfD genannt? Das ist ja eine gewisse Spaltung im Land. Wobei, wenn man jetzt zum Beispiel Steffen Mau sieht, dann gibt er wieder, dass eigentlich große Mehrheiten in der Gesellschaft immer noch für sehr grundlegende Werte gemeinsam stehen. Demokratie, Demokratie, Solidarität oder so. Zusammenhalt ist, glaube ich, vielen Menschen auch noch wichtig. Aber wo ist er gefährdet im Land? Spüren Sie diesen Zusammenhalt noch? Ich würde ja fast sagen, Deutschland gibt es gerade gar nicht. Also dieses Zusammen, dass man irgendwie zusammen als Land sich so fühlt. Also es gibt so einen totalen Zerfallen, so regionale Identitäten. Ich bin Brandenburger, ich bin Schwabe, ich bin das, ich bin in dieser Bubble, ich bin in jener Bubble und für sich genommen findet man diese Werte wahrscheinlich auch gut. Da haben Sie recht. Also es gibt viel Rückzug in die eigene Bubble, auch diese sich bestätigende Bubble durch die Social Media Algorithmen und so weiter, wo vielleicht eine gewisse Entfremdung voneinander stattfindet. Und das mangelnde Gespräch, der mangelnde Streit auch über unterschiedliche Positionen ist da sicherlich ein Punkt, wo man dran ansetzen sollte. Aber ich spüre trotzdem bei ganz vielen, auch gerade jungen Menschen, dass sie danach ein großes Verlangen haben und dass sie daran schon auch noch glauben in der Sache. Nur tatsächlich keinen Ansprechpartner haben aus irgendwelchen Gründen. Und da haben sie natürlich recht. Möglicherweise ist das, wo auch demokratische Parteien dran ansetzen müssten. Also dieses Gefühl, dass man irgendwie ja jetzt so gemeinsam in Deutschland irgendwie vorankommen will und so eine Hoffnung, auch das ist so in den letzten Jahren total verloren gegangen. Das ist durch die Krisen natürlich auch verstärkt worden. Also dieses Nicht-Zusammenhalt, das hat bestimmt auch was mit dieser Krisensituation zu tun, dass die Leute glauben, jeder kämpft so für sich allein. Und das ist ja auch so eine Folge unserer Ideologie, in der wir leben. Also der Leistungsgesellschaft, Kapitalismus, Neoliberalismus, aber in so einer extremen Form. Ja, also und dass es eben Leute gibt, also dass es irgendwie auch Handeln, negatives Handeln oft auch keine Konsequenzen hat, ja. Und dass man sich dann irgendwie trotzdem durchsetzt, ne. Also ganz viele Parteien, das ist ja auch interessant, ne. Ganz viele Parteien haben jetzt Probleme, wer tritt zurück. Also das sind jetzt die Parteivorsitzenden der Grünen, wo man sich gefragt hat, warum die jetzt eigentlich? Also respektvoll, wo man eher an andere denkt. Und ja, ganz viele Beispiele, wo Leute, ja, wenn sie nur genug Macht, nur genug Geld haben, hat man das Gefühl, da geht irgendwie alles durch. Da müssen keine Steuern gezahlt werden. Also das sind alles so, also besetzt sich ja so aus so Mosaiksteinen zusammen. Warum Leute das Gefühl haben, es gibt so keinen Zusammenhalt. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Spaltung gibt. Das wären ja so zwei Teile. Aber eben, wie gesagt, so Gruppierung Ost-West ist auch ein Punkt. Da sind wir bei dem Thema Ost. Das fand ich interessant jetzt nochmal als Gedanken, den ich Ihnen nochmal mitgegeben. Glauben Sie oder macht Ihnen das nicht auch Sorgen, dass die Reaktion darauf, dass man zu wenig Zusammenhalt in der Gesellschaft spürt? Also die ich vielleicht möglicherweise auch gerade im Osten, wo die Leute sagen, also früher gab es mehr Zusammenhalt, so nach dem Motto vielleicht, ja, dass das letztendlich dann dazu führt, dass die Leute sagen, es braucht jetzt irgendwie, ja, mehr Ansagen von oben, starke Hand oder gar Autokratismus. Also wie passt das zusammen oder macht Ihnen das nicht Sorgen, dass so ein leichtfertiger Griff in diese Richtung stattfindet? Aber ich würde jetzt irgendwie die Sehnsucht nach Zusammenhalt nicht gleich automatisch in so einen Wunsch nach einer starken Hand interpretieren. Also, dass es vielleicht besser war, da muss man gar nicht so zurückgehen. Also die Gespräche, die ich führe, sind eigentlich, dass Leute sagen, ja, vor zehn Jahren war es irgendwie noch besser, war es anders. Ja, gerade auch in diesem Ost-West-Verhältnis. Also wir haben da schon jetzt eine Polarisierung, die weniger mit der Diktaturschädigung, die gerne irgendwie rausgezogen wird, zu tun hat, glaube ich, sondern die schon auch viel mit den Ereignissen der letzten Jahre auch zu tun hat oder der letzten Jahrzehnte, also wo man sich so entfremdet hat und jetzt auch nichts mehr miteinander zu tun haben will. Also das ist vielleicht so auch das Neue, dass es gar nicht, also diese Sehnsucht bei den Jungen finde ich interessant, aber das nehme ich gar nicht so wahr. Ich habe eigentlich eher so das Gefühl, jeder will so irgendwie seine Meinung sagen, seine Freunde schützen, hat ganz große Angst davor, was zu verlieren, was im Osten natürlich tatsächlich stärker ist. Das hat was mit der Geschichte zu tun, dass die Leute eben erst die letzten 30 Jahre Zeit hatten, sich was zu erarbeiten und eben nicht dieses 40 Jahre lang Wachstum, geschenkte Demokratie und so weiter haben, sondern alles eben so ein bisschen auf dünneren Eis auch ist und dadurch diese Angst auch da ist. Aber ich glaube, dieses Zusammenhalt, das hat auch was damit zu tun, dass es auch wirklich an starken Führungspersönlichkeiten führt. Und das ist was anderes als ein autokratischer Herrscher. Ja, also Leute, Politiker, die auch die Politik ernst nehmen und eben nicht nur das als Karriere sehen. Also wenn ich so nachdenke, welche Politiker nehmen eigentlich die Politik auch ernst, fallen mir ehrlich gesagt nicht so viele ein. Also so Persönlichkeiten gibt es eigentlich viel weniger. Das ist ja auch, Sie sagen, das ist mehr die Politik von Parteienverdrossenheit. Ja, genau. Das haben Sie schon häufiger gesagt. Ich verstehe das auch. Trotzdem will ich noch mal fragen, ist das nicht, also ich meine, wenn wir jetzt auf diese Wahlergebnisse der letzten Monate schauen oder auch die jüngsten Wahlergebnisse, da sind große Teile, die bereit sind sozusagen Parteien zu wählen, die spalten und die auch tatsächlich, ja, autokratische Ideologien haben. Und macht Ihnen das nicht Sorgen, dass mit Blick auf den Osten eigentlich gerade da doch die Erfahrung da sein sollte, dass das keine Lösung ist oder dass das eher eigentlich eine Schädigung ist des Zusammenhalts? Nee, das macht mir keine Sorgen. Also jedenfalls nicht so groß. Ich glaube, dass sich, dass keine, Ups, unterbrochen. Ja, ich glaube, dass die AfD, über die reden wir hier vielleicht auch über das PSW, dass sie natürlich den Frust aufgesammelt haben, der da seit Jahrzehnten da war. Und es ist die erste Partei, die den Osten positiv besetzt. Ich finde das total traurig, aber das ist ein Weckruf an die anderen Parteien, sich zu fragen, wo man steht, was man falsch gemacht hat und wie man die Leute, die die AfD gewählt hat, zurückgewinnen kann. Und auch darüber nachzudenken, was, warum ist denn diese AfD so erfolgreich? Was machen die womöglich auch richtig? Und also wir müssen die viel stärker verstehen, um die eben auch bekämpfen zu können, glaube ich. Vielen Dank. Wir gehen über zum nächsten Stichwort, auch wenn es wieder ein kleiner Bruch ist. Ja, vielleicht ist es jetzt eins, was besser passt. Aha, das werden wir mal schauen. Also es ist eins, das ist ein bisschen sozusagen jetzt vielleicht komplementär. Dazu ist das Thema Feminismus. Ah, okay. Und da wäre ich tatsächlich vielleicht in dem Sinne auch mal interessiert, ist Feminismus dabei eigentlich ein Trigger, auch nach Steffen Mau? Oder sehen Sie da auch eine Perspektive? Ja, kommt drauf an, wen man fragt. Also für viele ist Feminismus sicher ein Trigger, aber eigentlich, also so der Feminismus, die Definition, die ich so habe, glaube ich schon, wir haben gar keine Alternative. Also wir müssen irgendwie, also ja, Chancengleichheit der Geschlechter, Frauen und Männer sind gleich, aber wahrscheinlich ist das schon eine antiquierte Definition. Und da hätte ich vielleicht, wie bei den Grünen, schon meine Schwierigkeiten. Also ich bin wahrscheinlich eher so eine Oldschool-Feministin, die wirklich an die ökonomischen Unterschiede, also dass man dagegen vorgeht, gegen die sozialen Unterschiede und wirklich so an, ja, Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit glaubt. Haben Sie das Gefühl, das ist nicht mehr die dominierte Perspektive? Naja, der intersektionale Ansatz, dass man eben auch die anderen Diskriminierungen mitdenken soll, leuchtet mir insofern ein, hat aber natürlich in den letzten Jahren zu einer gewissen Verwässerung auch geführt, glaube ich. Und weil eben vieles auch über diesen, ja, gegen diesen, dann so sehr identitär geführt wurde, gegen weißen Feminismus. Wer weiß, ist automatisch privilegiert und hat eigentlich sowieso nichts zu sagen. Diese ganzen Diskussionen haben irgendwie verdeckt, dass es eigentlich sehr, sehr wenig sich getan hat. Also was die sozialen und ökonomischen Bedingungen angeht und gerade was die Situation auch von Müttern angeht, ist immer noch alles gleich geblieben. Also wenn Frauen keine Kinder haben, dann haben sie fast genau dieselben Chancen wie Männer. Aber sobald sie Kinder haben, gibt es irgendwie die Rolle rückwärts und es gibt wahnsinnige Einbußen beim Gehalt. Es gibt diese, es gibt weniger Aufstiegschancen. Und all diese Fragen, die finde ich total, finde ich viel zu wenig adressiert, während wir uns über andere Fragen, die vielleicht auch wichtig sind, aber nicht für so viele Leute wichtig sind, die sind sehr, sehr stark dominiert. Aber das ist auch eine Generationenfrage. Ist dieser Bruch oder diese Generationenfrage nicht ein bisschen künstlich hergestellt? Denn ich erlebe eigentlich nicht wirklich viele FeministInnen, die sagen das eine oder das andere, sondern die Aussage, ja gerade bei den Frauen, die Kinder bekommen, haben wir noch sehr, sehr viel zu tun, weil ganz offensichtlich die ökonomische Realität sieht radikal aus, was zum Beispiel das Gesamteinkommen von Frauen mit Kindern angeht oder die Rentenansprüche. Aber die auch gleichzeitig sagen, naja, also wenn wir jetzt sozusagen die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann hergestellt haben, dafür aber nicht die Lehren daraus ziehen, dass es noch viele andere Ungleichbehandlungen zum Beispiel eben mit LGBTIQ-Personen in der Gesellschaft, die immer noch an vielen Stellen auch benachteiligt werden oder eben auch mit migrantischen Communities, wenn wir diese Lehren nicht ziehen, dann haben wir am Ende einen Fehler gemacht, dann haben wir was versäumt sozusagen. Also das Gegeneinander ausspielen und sozusagen radikale Queer-Feministen gegen die alten Feministen, das ist ja eine Schwächung, ja, aber ist die nicht überzogen gewesen, weil man immer nur die Ränder gesehen hat und nicht die große Masse an feministischen Menschen, die eigentlich beides wollen? Ja, aber vielleicht helfen Sie mir da auch die Sprünge. Wo gab es denn jetzt zum Beispiel in der Corona-Pandemie die starken Grünen Stimmen, die sich, auch aus den Ländern, die sich für Frauen und Kinder eingesetzt haben? Ich hatte das Gefühl, ehrlich gesagt, dass das Thema Kinder vor allen Dingen wirklich bei den Grünen am klarsten kommuniziert wurde in der Corona-Pandemie. Natürlich diese Thematik, dass das sozusagen eine Perspektive für Frauen mit Kindern auch insbesondere hat und dass das auch ökonomisch betrachtet werden muss, die ist wahrscheinlich insgesamt in dieser Corona-Pandemie bei allen Maßnahmen, die da gemacht wurden, zu wenig betrachtet worden. Aber die Thematik Umgang damit, dass Kitas offen gehalten werden müssen oder dass es da Möglichkeiten geschaffen werden, Familien mit Kindern zu unterstützen, dass wir in den Schulen Lösungen brauchen, wie wir damit umgehen, statt einfach nur sozusagen hart zuzumachen. Denn da waren es eigentlich vor allen Dingen die Grünen in den Ländern, die ja auch dort in den Regierungen waren, die das immer wieder thematisiert haben. Also das gab es. Nur natürlich ist das eine Perspektive der Corona-Thematik gewesen und keine jetzt rein an Frauenrechten oder Frauenperspektive aufgehackene Debatte gewesen. Aber das mitzudenken, das ist ja auch irgendwie der Sinn einer feministischen Partei und diese Stimmen dann auch reinzubringen. Wenn ich mich recht erinnere, gab es da, waren die Grünen gerade in den Ländern oft diejenigen, die alles am längsten zulassen wollten. Also in Breden gab es ja da ganz starke Auseinandersetzungen. Und da hat letztlich die SPD-Bildungsministerin auch hingeworfen, weil sie sich da eben auch so stark diffamiert gefühlt hat. Also da fand ich tatsächlich, dass die Grünen da nicht immer eine sehr konstruktive Rolle gespielt haben. Und da habe ich mir halt mehr auch diese Anwaltschaft auch für Frauen und Kinder, habe ich einfach vermisst. Und ich vermisse es auch, wenn es um Gewalt und Kriminalität geht. Da ist man sehr schnell dann in Diskussionen. Das ist dann, also vielleicht kommen wir darauf ja auch noch, Kriminalität. Aber dass es natürlich auch eine Bedrohung gibt durch migrantische Gewalt, durch migrantische Männer. Also genau, das können wir jetzt vielleicht noch anders antippen, noch ein anderes Feld. Vielleicht kommen wir ja noch zum Stichwort, wo wir das auch nochmal weiter ansprechen können. Ist sicher ein Thema, das jetzt auf jeden Fall Zeit bedürfte, um da einzusteigen. Wir halten uns aber mal eben an das System und versuchen mal ein Stichwort zu ziehen, das möglicherweise... Ja, ist ein bisschen alkoholisch, aber wenn man dann so die Uhr zufällig... Es ist ja zufällig, ne? Genau, aber vielleicht kommen wir zu dem Thema mit diesem Stichwort. Also das Stichwort ist Sprache. Und Sie haben jetzt ein Thema gerade angerissen, diese Frage Umgang mit den Herausforderungen einer migrantischen Gesellschaft. Einer, die eben auch Flucht und Zuwanderung erlebt hat. Und ich erlebe es beim Thema Sprache zum Beispiel so, dass die Sprache sich sehr stark verschärft hat. Im Grunde genommen gegen zum Beispiel Zuwanderung, gegen Flucht, jetzt in den letzten Jahren. Und die Grünen in der Sprache an der Stelle versucht haben, Perspektiven aufzuzeigen und auch noch weiterhin dafür zu streiten, dass es einen Mehrwert hat, Flucht zu ermöglichen und auch Zuwanderung zu ermöglichen. Können Sie dem was abgewinnen immer noch? Na, da gab es ja jetzt in den letzten Tagen auch einige Bewegungen. Und man hat auch neue Töne gehört, die man vorher jetzt nicht so gehört hat. Ich glaube nicht, dass sich die Sprache ist nicht... Also die Sprache ist die Folge dessen, dass sich die Gesellschaft verändert hat. Die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren so stark verändert. Wenn Sie über Land fahren, wenn Sie durch die Städte fahren, wenn Sie abends nach 22 Uhr unterwegs sind, öffentlichen Verkehrsmitteln. Es ist einfach ein komplett anderes Land, auch in den Schulen und so, öffentliche Schulen, wenn man die besucht und nicht in den privaten... Erklären Sie mir das, was Sie da sind. Ja, also zum Beispiel, wenn ich in so kleinen Städten in Sachsen und Thüringen, die einzigen Leute, die man tagsüber sieht, sind junge Männer mit migrantischer Herkunft. Und ich sage nicht, dass das automatisch eine Gefahr ist und ein Problem ist, aber es hat was verändert in der öffentlichen Wahrnehmung und es verändert was in dem Sicherheitsgefühl. Wenn ich abends um 10 Uhr im Regionalexpress die einzige Frau bin und sonst nur junge Männer unter Besuch sind... Aber ist das Problem dabei nicht, dass sie sich unsicher fühlen, weil Menschen mit Migrationshintergrund da sind? Denn wenn wir jetzt, sage ich mal, die Kriminalstatistik angucken, ist es jetzt nicht so, dass die Etaten von nicht deutscher Herkunft deutlich mehr angestiegen sind als die Migration, die zusätzlich in absoluten Zahlen dazu gekommen ist. Also einen Anstieg hat es relativ gegeben, aber eben ja auch einen Anstieg von MigrantInnen. Das heißt also, Kriminalität ist immer noch ein Phänomen, das ja nicht nur migrantischen oder nichtdeutschen Personen zugerechnet werden kann. Aber Migranten sind in der Kriminalitätsstatistik gerade bei Gewalt und schweren Straftaten überrepräsentiert. Das hat auch natürlich was mit der Demografie zu tun. Junge Männer generell, auch bei Deutschen, sind überrepräsentiert. Und natürlich die großen Fälle, die wir in den letzten Jahren hatten, die auch durch die Medien gehen, die machen natürlich was mit einem. Und da ändert sich eben was. Und unsere ganze Politik, die läuft auch eigentlich falsch. Ich wollte aber, und ich weiß nicht, ob ich das jetzt darf, weil eigentlich meinte ich mit Sprache was ganz anderes. Da wollte ich eigentlich gar nicht über Migration reden, sondern über diese grüne Sprache, die ich zum Teil auch sehr ausschließend finde. Also wenn ich zu einer Veranstaltung komme und dann erstmal einen Code of Conduct kriege, wie ich wen ansprechen darf. Das haben Sie erlebt? Ja, dass sich da jemanden nicht als Frau ansprechen darf. Das habe ich noch nie erlebt in einer grünen Veranstaltung. Aber ja, gibt es vielleicht, ja. Dass ich jemanden nicht als Frau ansprechen darf oder als Mann, weil das könnte falsch, da könnte ich was falsch machen. Und dann wird dann auch gesagt, ja, da wird man als Täter gleich, also dann können Täter ausgeschlossen werden. Also man wird, wenn man da einen Fehler macht, als Täter gleich beschrieben. Das finde ich, also selbst als jemand, also mir ist Antidiskriminierung auch echt wichtig. Aber ich finde, dass es da so eine totale, ja, Auseinanderentwicklung gegeben hat zwischen dem, also niemand redet außerhalb dieser Welt irgendwie so, ja. Die würden sich da eine zugewandtere Sprache wünschen. Genau, genau. Und auch bestimmte Dinge, die eben, also das mag für eine kleine Gruppe wichtig sein, aber für sehr viele Menschen ist das eben überhaupt nicht wichtig, ja. Und wenn es so geschrieben worden wäre, dass das jetzt hier eine Hilfestellung und wir freuen uns, wenn es hilfreich ist, würden Sie es dann sinnvoll finden? Ich weiß nicht, finden Sie es nicht komisch, irgendwie so Veranstaltungen mit so Verhaltensregeln zu bekommen? Da finde ich irgendwie respektvoller Umgang und so finde ich dann irgendwie keine gewaltvolle Sprache. Also okay, ich wäre vielleicht schon happy gewesen, wenn man mich als Täter bezeichnen würde. So, es sind halt einfach viele Leute, die das gar nicht verstehen oder auch nicht, die das auch nicht anwenden wollen und die trotzdem keine schlechten, schlechteren Menschen sind oder Antidemokraten sind. Und da finde ich hat es so, also Stichwort Zusammenhalt, da hat es auch, und selbst wenn ich das so formuliere, wird es sich ja auch unter ihren Zuschauern und Zuschauerinnen geben, die sagen, ja, was hat die dann für einen Knall? Oder wie begriffsstutzig ist die denn? Oder in welcher Welt lebt die denn? Aber ich lebe eigentlich nur in einer Welt, in der man eben diese Sprache gar nicht benutzt, in der man vielleicht die weibliche und die männliche Form benutzt, aber den Gender-Stern nicht mitspricht. Und sich da, also da wünsche ich mir eine größere Offenheit, eine größere Diffusion irgendwie. Also da gibt es Teile der Gesellschaft, denen das einfach überhaupt nicht wichtig ist. Aber ist es nicht trotzdem sinnvoll, wenn Menschen deutlich machen, also für mich hat sich die Welt verändert und es gibt mehr als nur Mann und Frau und wir sollten Rücksicht nehmen auf die Lebensentwürfe von Individuen, die in der Vergangenheit hart unterdrückt wurden und vielleicht schwere psychologische Folgen davon gezogen haben, dass sie sich nicht zeigen konnten sozusagen. Ist diese Auseinandersetzung nicht trotzdem sinnvoll und richtig? Und könnte man da eine Sprache für finden? Ja, wahrscheinlich. Aber muss das dann, es betrifft ja doch relativ wenige Leute, also können, vielleicht können die das dann, also ich weiß nicht, ob man dann ganze Veranstaltungen sich dann daran orientieren müssen und es vorher so Sprachregelungen vorgegeben werden muss, kann sich das nicht entwickeln? Ja, nur durch Reden und Diskurs, also wenn die Leute das gar nicht sehen, das ist glaube ich so der Punkt, wo man miteinander ins Gespräch kommen muss. Aber das machen wir ja gerade. Vielen Dank für Ihre Gedanken an der Stelle. Wir haben noch ein Stichwort, das ich jetzt rausziehen werde und ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen zusätzlich mit Ihnen erweitern können, worüber wir reden. Und das Stichwort ist... Ich glaube, man muss wirklich dann die Gesellschaft einfach mitnehmen. Das ist ein längeres Gespräch. Das ist kein, hier so machen wir es jetzt. Es ist wirklich was, was sich organisch auch entwickelt, also entwickeln muss. Da sind wir beim Stichwort. Organisch entwickeln und mit der Gesellschaft. Thema Demokratie. Das größte Thema sozusagen zum Schluss. Frieden war schon auch ziemlich groß, würde ich sagen. Aber Sie haben sich jetzt viel über die Demokratie auch Gedanken gemacht und ich finde das auch spannend, wie Sie auf die aktuelle Situation der Politik schauen mit Blick auf die Demokratie. Es ist ja schon so. Sie sagen jetzt, Sie machen sich keine großen Sorgen grundsätzlich über die Einstellung von Menschen, die Sie bei der Wahlurne äußern. Aber Sie sehen Perspektiven, dass sich da wieder was ändert. Wie würde sich denn was ändern? Wie würde denn in dieser demokratischen Landschaft, in der wir heute leben, in Deutschland, Europa, es möglich sein, dass also demokratische Parteien und Einstellungen wieder lebendiger werden und sichtbarer und vielleicht auch wählbarer für viele Menschen? Ich weise mich irgendwie, in diesen Panikmodus zu verfallen und ich finde das ganz problematisch, wenn wir jetzt eine Wahl haben, wie in Thüringen mit dem Landtagspräsidenten vom Beispiel und ich sehe nur Demokratie am Abgrund, Demokratie vor dem Zerfall. Demokratie ist ein Ideal, Demokratie ist eine Utopie. Wir sind nie an dieser Utopie. Es ist eine total herausfordernde Regierungsform und es ist jedes Mal, jede Generation, jede Gesellschaft muss das auch wieder neu für sich definieren und Demokratie ist leider auch total offen für Verführung, für Totalitarismus und das muss einem bewusst sein. Und wir müssen aber doch auch sehen, dass sich Dinge verändern und dass man um diese Demokratie eben auch kämpfen muss. Und ich sehe schon auch die AfD auch als Ausdruck einer politischen Meinung. Diese Meinung mag mir nicht gefallen, aber das sind Leute, die sich engagieren und man muss mit denen umgehen. Gibt es für sie da Grenzen? Ja, die Grenzen ist das Grundgesetz und das Strafgesetz. Also ich meine jetzt zum Beispiel der Alterspräsident in Thüringen, da hat das Gericht, das Verfassungsgericht gesagt, das war rechtswidrig. Wie er vorgegangen ist. Also es gibt da ja Grenzen. Es hat doch funktioniert, ja. Ja, da haben Sie recht. Also noch, ne? Ja, es hat funktioniert. Man fragt sich natürlich, warum man das nicht vorher geplant hat, aber es ist im Prinzip alles so abgelaufen, wie die CDU das quasi so am Dienstag schon drei Tage vorher irgendwie gesagt hat. Und es hat funktioniert und danach wurde ein CDU-Landtagspräsident gewählt. Also wir sind eben gerade in der Phase in der Welt, wo die Demokratie unter Druck ist, wo sich die Parteienlandschaften neu ordnen. Also gerade in Bezug auf den Osten, müssen wir einfach sagen, Osten hat das klassische bundesdeutsche Parteiensystem gecrashed. Ja, wir haben neue Entwicklungen und man muss aber damit umgehen. Also das ist so, also ich werte das jetzt gar nicht so, ja. Sondern, also ich habe dazu vielleicht meine politische Meinung, aber als ich beobachte das auch erst mal und sehe irgendwie jetzt nicht gleich so die Untergangsgefahr, weil ich eben auch schon an das Recht glaube und weil ich aber auch glaube, dass sich Gesellschaften auch verändern. Also und wir, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass man, ja, wenn sich jetzt die Politik auch verändert, der Zeitgeist sich verändert, dass man viele, viele AfD-Wähler auch zurückholen kann. Und wir können aber nicht sagen, also wir müssen auch gucken, wir haben jetzt versucht, wie haben wir versucht, die AfD zu bekämpfen. Das hat nicht funktioniert. Die Brandbauer hat nicht funktioniert. Viele Parteien, vor allen Dingen auch die Union, immer wieder den Narrativen und Themen der AfD auch hinterhergerannt sind. Das hat sie stark gemacht. Und ist das nicht auch ein Problem, dass das letztendlich Das ist alles so verkopft mit ihren Narrativen immer. Naja, oder den Forderungen. Ja, aber die Realität ist doch da. Die Realität ist doch da, dass wir eine andere Migrationspolitik brauchen. Das ist das große Thema. Das ist Klimapolitik und Migrationspolitik. Das sind die großen Themen. Zerstörung der Umwelt und Zerstörung der Kultur. Das sind die großen Ängste. Eigentlich ist das Thema der Migration doch eines, dass wir davon ausgehen können, dass es weltweit extrem viel Migration gibt und dass wir ganz viele Länder um uns herum haben, die mit MigrantInnen und Flüchtlingen konfrontiert sein werden, weil sie da hinkommen. Und in Deutschland wird ein Diskurs geführt, der sagt, wir können uns da quasi aus der Verantwortung rausziehen und uns in der Mitte, umgeben von europäischen Nachbarn, sagen, wir machen ja heile Welt. Ist das nicht irgendwie ein bisschen absurd? Ist das so? Aber das nehme ich gar nicht so wahr. Ja doch. Wir machen jetzt die Grenzen in Europa dicht, obwohl wir uns geeinigt haben auf Schengen-Regeln, auf ein Asylsystem europäisch, jetzt gerade jüngst noch mal reformiert. Also ich nehme das schon so wahr, dass man sich da aus der Verantwortung rauszieht. Es ist ja nicht so, dass man Migration in der Welt wird verhindern können oder Flucht, sondern das zeigen ja alle Studien, dass das weitergeht. Ja, das ist aber vielleicht jetzt eine Notwehrsituation, die auch einfach den Landtagswahlen geschuldet ist. und die damit zu tun hat, Was wäre denn eine Lösung im Lichte dieses Migrationsthemas, das in der Welt auf uns zurollt? Das kann ja nicht sein, dass wir sagen, wir nehmen einfach nur weniger Menschen auf und machen die Grenzen dicht. Ja, also da gibt es ja, seit Jahren wird darüber diskutiert und das ist klar, dass wir unterscheiden müssen zwischen Asyl und zwischen Migration von Fachkräften. Wir brauchen Fachkräfte, das ist völlig klar. Aber ich glaube auch, dass das Asylrecht nicht irgendwie gedacht war vor 70 Jahren, dass es 5 Prozent der Bevölkerung eines Landes einnimmt. Gucken Sie mal nach Jordanien, wie viele Menschen dort sind. Also läuft das so, Deutschland pickt sich die netten und geeigneten Menschen raus und alle anderen Länder, gerade in den Krisenregionen, die sehr, sehr arm sind, nehmen alle anderen auf. Wir haben ein äußerst ungerechtes, ein total brutales, schreckliches Asylsystem, was heißt, man bekommt ja nur Asyl, wenn man seinen Fuß auf Europa setzt. Das bevorzugt die Stärksten und die Reichsten und die Verletzlichsten, die bleiben im Land. Das muss sich ändern. Also internationale Verantwortung über andere Wege wahrnehmen. Ja, genau, absolut. Absolut, ja. Vielen Dank, dass Sie da einsteigen konnten. Ach, das ist ja, aber das ist ja total frustrierend, dieses Format. Man leckt so ein Blut, man kommt gerade in Fahrt und dann piept es. Naja, aber das ist trotzdem geeignet, in der Lage zu sein, mal das ein oder andere Thema einzusteigen. Und ich würde mich freuen, wenn wir das fortsetzen. Ja, sehr gerne. Sabine Renne-Fanz, vielen Dank. Wir haben sechs Stichworte durchgekommen. Viel mehr wäre noch möglich gewesen. Da werden wir auf jeden Fall dran anknüpfen. Vielen Dank, dass wir diskutieren konnten. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören auch und bis zum nächsten Mal bei Pick Your Battles.